Im französischen Rennes will man sich künftig gezielt um die Resozialisation von islamistischen Gefängnisinsassinnen kümmern. Dazu soll eine eigene Einheit im Frauentrakt des Strafgefängnisses der Stadt eingerichtet werden. Nach Angaben der Direktion geht es nicht darum, die Frauen von ihrem Glauben abzubringen, sondern ihnen Distanz zum Thema Gewalt zu vermitteln.